Servus Leute, ich bin Elias, heute mit Davide Pellanzari, yes! Ihr kennt ihn alle und zwar heute wieder im Bikepark Braunertal und zwar die Eröffnung von der nagelneuen Line Charlie Chaplin. Ich freue mich mega, wir nehmen euch einfach mit und ich würde sagen, let's go! Tio! Ja! 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 Was ist das? Wooh! Willi? Wooh! Wooh! Oh! Yuh! Yuh! I wish that I was in my mind So bad baby I would fall for you Cause you make me in my mind And I lose it all when I'm with you I wish that I was in my mind So bad baby